Christian Timmerer und sein Team forschen am Institut für Informationstechnologie der Alpenadrierer Universität Klagenfurt im Bereich der Medieninformatik mit einem Schwerpunkt auf Videostreaming im Internet. Der Zugang zu Multimedia-Inhalten über das Internet hat in den letzten Jahren stark zugenommen und ist zu einem wichtigen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Insbesondere das Übertragen von Videos macht zu Spitzenzeiten mittlerweile mehr als 70% des gesamten Internetverkehrs aus. Menschen sehen sich Live-Sport-Events oder ihre Lieblings-TV-Serien auf einer Vielzahl an Geräten an, wie Internetverbundene TV-Geräte oder Smartphones. Dabei kommen sowohl mobile als auch kabelgebundene Netzwerke zum Einsatz. Ziel des Forschungsprojektes von Christian Timmerer war es daher, eine effiziente Methode zur Übertragung von Internet-Videostreams zu entwickeln, die sich an unterschiedliche Betriebsumgebungen und dynamisch endende Nutzungskontexte automatisch anpassen. Das im Rahmen des Forschungsprojektes entwickelte Test-Framework ermöglicht nun die objektive Bewertung von Ergebnissen unterschiedlicher Forschungsinstitutionen. So können einzelne Verbesserungen von verschiedenen Aspekten in der Erstellung und Übertragung von Videostreams über das Internet entwickelt werden. Auf Basis der Forschungsergebnisse wurde bereits 2013 die Firma Bitmovin GmbH gegründet, mit dem Ziel, die Technologie auf den Markt zu bringen. Diese befindet sich nun bereits erfolgreich auf heimischen Videostreaming-Plattformen wie Flimmit und KroneHit im Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017